Hallo, heute nehme ich dich mit bei meinem Spaziergang auf dem Gurten bei Bern. Der Gurten wird auch liebevoll der Berner Hausberg genannt. Dies ist eine gemütliche Runde mit ein paar Höhenmetern und einer wunderschönen Aussicht über Bern und die umliegenden Berge, die du von einem Aussichtsturm genießen kannst. Auf dem Gurten gibt es ein Restaurant, welches bei meinem Besuch leider geschlossen war und einige Aktivitäten für die Kids. Dazu kann man auf dem Gurten auch wunderbar auf den Weiden picknicken und entspannen. Die Gurtenbahn, mit der man den Gipfel einfach erklimmen kann, ist momentan außer Betrieb. Sie wird instand gesetzt und einiges wird umgebaut. Sie soll voraussichtlich Mitte April 2024 wieder einsatzbereit sein. Dann ist es wieder einfacher auf den Gipfel zu kommen. Für Mountainbikefahrer gibt es noch einen Trail hinab vom Gipfel zur Gurtenbahn. Den Trail werde ich demnächst auch noch ausprobieren und ein separates Video dazu machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank fürs Schauen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Sightseeing und Spazieren gehen.